Hey Leute, wir freuen uns darauf, euch unser neues Set an fantastischen Gadgets zu zeigen. Dieses Mal haben wir den allerschnellsten Feueranzünder der Welt, sowie ein Ladegerät, das euch vor Bakterien schützt. Dazu gibt es noch ein paar Produkte aus einem parallelen Universum. Alle Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr in der Beschreibung unten. Hier ist ein ultimatives Zubehörset für alle, die eine DSLR-Kamera dabei haben. Es besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen Clip und der Montageplatte. Diese Kombination ermöglicht es dir, die Cam sicher am Gürtel oder Rucksack zu tragen. Die Installation ist wirklich einfach. Zuerst musst du die Platte mit einem Sechskantschlüssel an der Unterseite deiner Cam befestigen, dann platzierst du den Clip dort, wo du ihn aufhängen möchtest und ziehst die Schrauben fest. Das war's auch schon. Jetzt schiebst du die Kamera einfach in den Clip. Sie kann sowohl vertikal als auch horizontal platziert werden, je nach deinen Bedürfnissen. Der Schnellverschluss ermöglicht es dir, die Cam im Handumdrehen herauszuziehen. Und natürlich gibt es einen Sicherheitsverschluss. Trotz der Größe ist der Clip robust genug, um bis zu 90 Kilo zu tragen. Kein Wunder, denn das ganze Ding ist aus Edelstahl und einer Aluminiumligierung gefertigt. Obendrein kannst du den Clip mit zusätzlichem Zubehör erweitern, um deine Objektive und Ferngläser zu transportieren. Wer hätte das gedacht? Eine luxuriöse Schweizer Uhr im Super Mario Design? Die Uhr verfügt über vier unterschiedliche Zifferblätter mit deinem Lieblingskämpner. Zudem findest du auf der Lünette der Krone und dem Armband zahlreiche weitere ikonische Symbole aus dem Spiel. Und was noch viel cooler ist, alle deine Leistungen während des Tages werden mit spaßigen Animationen versehen. Unter dieser schicken Oberfläche befindet sich Googles Wear OS, das dir zahlreiche Apps und Widgets zur Verfügung stellt. Die Uhr besitzt auch ein eingebautes GPS und einen Herzfrequenzmesser. Anstatt normalem Glas verwendet diese Uhr Saphirglas. Schließlich handelt es sich nach wie vor um eine Schweizer Uhr. Darüber hinaus ist die Uhr wasserdicht und kann daher bei jedem Wetter getragen werden. Das erste, was dir beim Anblick dieser Kabel in den Sinn kommt, endlich. Eine Reihe von Magneten quer über das Kabel halten es ordentlich organisiert und leicht erweiterbar. Du kannst alle möglichen Spulen machen, um die Länge des Kabels anzupassen. Außerdem ist dieser Prozess nicht weniger befriedigend als jedes Fidget-Spielzeug. Und im Gegensatz zu all den normalen Kabeln werden sich diese nicht verheddern. Egal was passiert. Die Lebensdauer ist dank des dehnbaren Silikonschlauchs auch viel länger. Was die Länge angeht, gibt es zwei Optionen zur Auswahl. 0,9 und 1,8 Meter. Außerdem gibt es mehrere Modelle mit verschiedenen Anschlüsse. Lightning auf USB-C, USB-C auf USB-A und so weiter und so fort. Jedes Kabel ist sowohl zum Aufladen als auch zur schnellen Datenübertragung geeignet. Und sie kommen alle entweder in schwarz oder weiß. Dieses Gerät mag wie ein herkömmliches Ladegerät aussehen, aber es bietet viel mehr Funktionen. Es lädt nicht nur deine Geräte auf, sondern ist auch ein leistungsfähiger Sterilisator. Halte das Gerät einfach 20 Sekunden lang über deine Tastatur, Handy oder Ohrstöpsel und schon sind alle Krankheitskeime und Bakterien verschwunden. Der eingebaute Timer zeigt dir an, wann der Vorgang abgeschlossen ist. Und wenn du das Gerät umdrehst, schaltet es sich sofort ab, damit deine Augen nicht im gesundheitsschädlichen UV-Licht ausgesetzt sind. Außerdem kann dieses Gerät die Luft in deinem Zimmer, Büro und Auto verbessern. Wähle eine der drei Umluftmodi und stelle das Gerät irgendwo in der Nähe auf. Du kannst es auch in deine Tasche stecken, um alle darin befindlichen Dinge zu desinfizieren. Mit dem zusätzlichen Becherdeckel kannst du auch dein Wasser aufbereiten. Aber vergiss nicht, das ist auch ein Ladegerät. Das kleinere Modell wiegt nur 100 Gramm und hat eine gute Kapazität von 3000 mAh. Das Modell mit 12.000 mAh ist mit seinen 400 Gramm klobiger, aber es kann dein Handy oder Tablet mehrmals aufladen. Beide Modelle unterstützen das schnelle Aufladen über USB und USB-C. Die integrierte Taschenlampe ist das Tüpfelchen auf dem i. Fahren oder nicht fahren? Das ist die Frage. Nun, die Antwort hängt tatsächlich an deinem Schlüsselbund. Dieser Atemalkoholtester wird von der Bluefire Sensortechnologie angetrieben, die leuchtende BAC-Ergebnisse mit polizeilicher Genauigkeit liefert. Das Gerät liefert die Ergebnisse sofort auf dem Bildschirm, aber du kannst es ganz einfach mit der speziellen App auf deinem Telefon koppeln, um einige detaillierte Infos zu erhalten. Du kannst zum Beispiel erfahren, wann du wieder nüchtern bist und einen Uber anrufen, um bessere Entscheidungen zu treffen, wenn du trinkst. Als nächstes ist dieser tragbare Projektor, der dein Wohnzimmer in ein Heimkino umwandelt. Zu allererst projiziert er ein kristallklares Full HD-Bild, das eine Breite von bis zu 120 Zoll erreicht. Dank des Autofokus und der Trapezkorrektur ist die Einrichtung so einfach wie nie. Die Helligkeit von 300 Anzi-Lumen sorgt auch bei Tageslicht für gute Sicht. Und das Wichtigste, das Gerät verfügt über 30 vorinstallierte Apps wie Netflix, YouTube und Hulu, sodass dir die Inhalte nie ausgehen werden. Außerdem kannst du deinen Laptop oder Streaming-Stick über die eingebauten USB- und HDMI-Anschlüsse mit dem Projektor verbinden. Das Gerät unterstützt auch AirPlay und Miracast Screen Mirroring. Für die Steuerung stehen dir ein schöner 4 Zoll-Touchscreen und Alexa für die Freisprechfunktion zur Verfügung. Aber wie sieht es mit dem Sound aus? In dem Projektor sind zwei Surround-Lautsprecher direkt interagiert. Das Gadget kann somit als leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden. Wenn du ihn nur für Musik benutzt, hält das Gerät bis zu 30 Stunden durch. Beim Videostreaming sind es sogar bis zu 3 Stunden. Das entspricht einem kompletten Film und einigen U-Fact-Videos. Jeder Ort wird sich mit diesen tragbaren Lichterketten viel wärmer und gemütlicher anfühlen. Was sie wirklich besonders macht, ist der unglaublich kleine Fußabdruck. Dieses kleine Ding enthält zwei separate Lichter zusammen mit ihren 3 Meter langen Kabeln. Natürlich sind auch ein paar Magnete dabei. Das Gadget ist unglaublich leicht. Jedes Licht produziert bis zu 150 Lumen, sodass du lesen, kochen oder einfach die Natur genießen kannst. Und du kannst sie eigentlich mit jeder USB-Stromquelle verwenden. Allerdings ist die DIM-Funktion nur mit dem proprietären Zubehör verfügbar. Auf jeden Fall kannst du den Beleuchtungswinkel so einstellen, wie du es möchtest. Und obendrein kannst du eine Kette aus diesen Lichterketten bilden, die bis zu 12 Meter lang sein kann. Hast du eine Handyhalterung an deinem Fahrrad, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, sie zu ersetzen. Diese flache Metallhalterung ist einfach viel eleganter als die normalen Halterungen. Und zuverlässiger ist sie auch. Trotz der geringen Größe liefert dieses Ding tatsächlich 3 Kilo Greifkraft, die das Handy auf jeder Straße fest sichert. Nur auf Sprünge und Fahrten auf hohen Bergen solltest du verzichten. Die Halterung hat auch Twist im Namen, denn sie ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Hoch- und Querformat. Alles, was es braucht, ist eine kleine Drehung. Das Ding ist für fast alle Arten von Bikes und Handys geeignet, auch mit einer Hülle am Gerät. Je nach Art deines Lenkers benötigst du eventuell noch einen zusätzlichen Adapter. Die Halterung gibt es wahlweise in Schwarz oder Silber. Außerdem gibt es ein komplettes Paket mit allen Schrauben und Werkzeugen, die du für die Installation benötigst. So, Leute, das ist das Cyclophon. Schon der Name allein deutet es an. Das Kernstück des Handys ist offensichtlich diese außergewöhnliche Kreisrunde 800x800 Bildschirm. Das sieht wirklich gut aus. Ansonsten hebt sich dieses Gerät nicht viel von anderen Android-Handys ab. Das Handy ist mit einem Snapdragon-Prozessor ausgestattet und verfügt über zwei Kameras mit jeweils 13 Megapixel. Das Handy ist zudem LTE- und NFC-fähig. Was du hingegen bei einem herkömmlichen Telefon nicht vermuten würdest, sind die zwei Kopfhörerbuchsen, zwei USB-Anschlüsse und zwei SIM-Karten-Steckplätze. Das ist beinahe so faszinierend wie die Form. Sicherlich werden viele Anwendungen auch viele Inhalte auf diesem Display recht komisch anschauen, aber dafür steht eine Lösung zur Verfügung. Mit der Freiform-Funktion lässt sich die Größe der einzelnen Fenster wie auf dem Desktop anpassen. Na, magst du die Idee? Die Vorbereitung auf die Prüfungen und die Dekoration seines Zimmers wird mit diesem Taschendrucker viel einfacher sein. Eigentlich ist es ein Thermodrucker, der überhaupt keine Tinte benötigt. Dadurch sparst du sicherlich eine Menge Geld. Drucke alles, was du willst. Von Notizen und Webseiten bis hin zu Bildern und Aufklebern. Es gibt eine riesige Auswahl an Papier, darunter transparente, goldene und silberne Optionen. Es gibt nur eine Einschränkung. Du kannst nur schwarz und weiß drucken. Wenig anders zu erwarten, wird der Drucker mit einer eigenen mobilen App für Android und iOS geliefert. Das Erstellen und Bearbeiten deiner Notizen ist eine Sache von Sekunden, ebenso wie das eigentliche Drucken. Dank der Bluetooth-Konnektivität kannst du den Drucker ganz ohne Kabel nutzen. Allerdings gibt es einen USB-Anschluss zum Aufladen. Der 1000 mAh Akku zusammen mit der extrem kompakten Größe machen dieses Ding komplett mobil. Das Entfachen eines Feuers mit Streichhölzen und Flüssigkeiten fühlt sich an wie in der Steinzeit. Mit diesem raketenförmigen Werkzeug hast du alles, was du jemals brauchst, um dein Feuer schnellstmöglich zu entfachen. Mit seinem 40 cm Stab eignet sich der Feueranzünder perfekt für jeden Grill, Smoker oder jede Feuerstelle. Mit seiner enormen Leistung und der gleichmäßigen Ausbreitung des Feuers erledigt er seine Aufgaben buchstäblich in Sekunden. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Holz oder Holzkohle verwendest. Außerdem kannst du fast jede Art von Brennstoff wählen. Mit einem Kanister kannst du bis zu 70 Feuer machen. Das aus Edelstahl, Kohlefaser und Messing gefertigte Gerät wird mit Sicherheit jahrelang halten. Ein weiteres cooles Feature, du kannst die Spitze abnehmen und deinen Gerichten etwas Wärme hinzufügen. Hier ist der beste Weg, um deine Wertsachen zu schützen. Dieser kompakte Safe verwendet ein spezielles Material, das sowohl leicht als auch unglaublich robust ist. Fahr darüber. Dem Safe passiert nichts. Aber nicht nur das. Die doppelten Kompressionsverschlüsse halten das Ding fest verschlossen und machen es Wasser, Staub und Luftdicht. Im Inneren befindet sich eine dreiteilige Schaumstoffauskleidung, die wie ein sicheres und bequemes Bett für deine Gegenstände ist. Die Bedienung ist einfach. Du findest eine Reihe von berührungsempfindlichen Tasten direkt am Gehäuse, die Hintergrund beleuchtet und gut lesbar sind. Schließe einfach die seitlichen Riegel und halte dann die Schlosstaste gedrückt, um den Mechanismus des Safes zu aktivieren. Wenn du den Code aus irgendeinem Grund nicht eingeben kannst, helfen dir zwei manuelle Backup-Tasten weiter. Schalte den Anti-Picking-Modus ein, wenn du maximale Sicherheit brauchst. Der Koffer wird von einer Batterie betrieben, die bis zu einem ganzen Jahr hält. Trage das Safe hier in deiner Tasche oder hänge es an das mitgelieferte Lanyard. Egal für welche Farbe du dich entscheidest, das Design ist wirklich schick.